Yeah, Leute! Willkommen zurück zu Max Payne! Da ist ja gar keine Tür mehr. Nein, ich muss schon hier lang, glaube ich. Sehen wir eh gleich. Oder bin ich ja wieder falsch? Nee, weil da mussten wir das ja aktivieren. Oh Mann, muss ich jetzt über diese komischen Planken hier laufen? Ach, und das bricht gleich. So ne Kacke, ey. Ja, super! Okay, Chapter 9, Kapitel 9. Ein Imperium des Bösen. Die Nachwuchsgebiet führt zu Lupinos Sanctum. Das heiße Luft im Inneren ist wie eine invisiblen Wall. Dich mit Insens und etwas anderes. Ein schrecklich süßes Ruhl, das einen schlafen machte. Das war der roten Kör, der große Apfel. Lupino schlägt irgendwo vor, wie ein Spiegel im Zentrum ihres Web. Ich warte. Die Vaporen in der Luft starten, meinen Kopf zu schwimmen. Die schlafen Schlafen von einem Lager liegen auf dem Sofa. Okay, da liegen schon ein paar Leichen rum. Ja, ich gebe zu. Alles, was hier gesagt wird, verstehe ich nicht ganz. Ach so, da muss ich hin. Puccinello hat Lupino in Schrift verletzt. Die Noten wurden in Stückchen gebrochen, blöde Fingerprinten überall. Ich will nicht, dass du denkst, dass einer meiner Jungs nicht mit einem vollen Deck spielt. Schau dich, Jack. Wir machen ein Geschäft. Ich würde es lieben, den Trio zu starken Armeern zu senden. Der Trio war die Notarbeiterin. Es war klar, dass Lupino nicht durch die Gefahr entdeckt wurde. Okay. Lupinos Noten haben die Tafel. So ganz check ich es nicht, aber naja. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented, arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils and dark gods evoked. Beelzebub! Asmodeus! Baphomet! Lycephor! Loki! Cthulhu! Lilith! Hela! Blood given to you all! He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign in the dotted line with your blood. Okay, der Typ scheint irgendwie ein Art Satanist zu sein. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves! Let loose to devour the sun and the moon! Lupino is the wolf! I'm Mr. Beast! The big bad Fenris wolf! I'm the end of the world man! Wearing the flesh of fallen angels! After Y2K, the end of the world would become a cliché. But who was I to talk? A brooding underdog Avenger alone against an empire of evil. Out to write a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypse. Nothing is a cliché when it's happening to you. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Luzer, Beloki, Satan, Jatul, Lilidela! Blood! To you all! Ähm, wer brüllt denn da so? Ist der Typ etwa noch da? I've seen it. The corruption of flesh. I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. Only just to the end of time. It's now! I will rise to her side! Äh, ja, schon langsam gruselt es mich etwas, obwohl das nicht immer ein Horrorspiel ist. Äh, was muss ich hier machen? Ja, okay, Pain-Killer. Ja, ich würde sagen, wir speichern hier einfach mal schnell, weil... Ich hab keine Ahnung, was hier auf uns zukommt. Soll ich da reinspringen? Ja, das ist Wasser. Ah! Jawoll, der ist mal weg. Ja, stirb doch! Hey, der hat uns jetzt aber ganz schön Schaden gemacht. Verdammt, der hat eine Abgesägte. Ja, die Abgesägten haben etwas bessere Distanz. Wow! Aber das ist mir scheißegal, ich mach dich trotzdem kalt. So. Müssten wir Lupino etwa noch schnappen? Was hat uns denn Lupino genau getan? Nein! Ja, Gott sei Dank haben wir abgespeichert. Ich glaube, ich nehme jetzt... Ja, die Uzzis wären jetzt wahrscheinlich am besten. Ja. Eindeutig. Okay, der ist im Arsch. Der ist auch gleich im Arsch. Jawoll. Okay. Noch einer? Ja, okay, die Beine schießen ist zwar nicht so wirkungsvoll, aber... Wie viele von diesen Psychopathen kommen denn noch? Wahrscheinlich noch einige. Ach, das waren dann schon nicht alle. Und wie komme ich da jetzt rauf? Ich nehme... Wow, 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 wow. Wer zum Teufel wirft hier mit Mollys? Ja, du... Ah! Nein! Auf der Seite stand noch einer. Ja, ich hab's erst zu spät gesehen. Ja, ich hab's erst zu spät gesehen. Sorry, Leute. Gut, dann... Ja, von unten die Leute abzuschießen ist irgendwie öde. Geb ich zu. Aber momentan hab ich leider... Stirb doch, du Arsch. Ja, ich weiß, ich nutze dieses Time Bullet Zeugs viel zu wenig. Das liegt aber auch daran, weil ich es momentan auch nicht brauche. Zumindest nicht zwanghaft. Ja, genau. Stirb einfach, du Riesenpenner. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, du Dreckspenner, aber... Ist ja im Prinzip dasselbe. Ja. Jetzt hat er uns fast getroffen. Ja, die letzte hat uns jetzt volle Kanne getroffen. Oh, ich muss mich heilen, Leute. Ja. Jawoll, direkt in die Fresse, Leute. Sorry, wenn ich mich darüber freue, aber... Ja, okay. Die schießt um einiges schneller, stelle ich gerade fest. Wow, wow, wow. Scheiße. Ja. Das ist verdammt schwer, Leute. Noch dazu, wenn man hier keine Sniper... Äh... Weil man hier keine Sniper-Gewehre hat. Ist auch irgendwie öde. Ja, aber die halten auch nicht so viel aus. Ich will gar nicht wissen, wie das Spiel auf schwer wäre. Geht's im Ernst, Leute. Also... Falls ihr das Spiel schon mal in schwer durchgespielt habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ähm... Wie ihr das dann durchgespielt habt, weil... Ich kenne zwar einen Kumpel, der hat das auch mal in, ähm... In schwer durchgespielt, aber... Ich glaube, der hat auch irgendwie gesagt, dass das fast unmöglich ist, weil die Gegner so verdammt schwer sind. Ja, dann nehmen wir jetzt wieder die Abgesägte. Achso, der Nachteil ist halt, die kann nur zwei Patronen fassen. Deswegen ist die, ähm... Abgesägte ein bisschen im Nachteil, kann man sagen. Ja, genau. Du stürmst einfach mal. War's das? Nein, einer ist noch da. What the fuck? Okay, das ging jetzt geil. Wow! Ja, da oben ist einer. Ich hab ihn schon gesehen, Leute. Keine Angst. Nein! Ich hab doch getroffen, ey. So, du Dreckspenner. Ja, ich mache hier mal eben schnell, weil... Ich werde dich an dieser Stelle schon wieder verrecken. Ist er noch immer da oben? Okay, mit was schießt der da? Ja. Das muss irgendwas stärkeres sein. Okay. Ja, das hat er mich getroffen. Achso, ich kann da nicht raufflüchten. Er trifft etwas besser als ich. Wahrscheinlich hat er eine bessere Knarre. Ich hab ihn gemerkt. Ich habe ihn vermisst. Ich habe ihn vermisst. Green blood it runs in my veins I've seen beyond the world of skin the architecture of blood and bone arrow death is coming she is coming and hell follows with her this is the twilight winter I am ready to be her son her time is now and all who stand in her way must die die you'll die you'll die now all die oh my god was ist das für psycho leute oder scheiße oh god des willen ja das habe ich mir gleich gedacht dass ich jetzt hier sterbe ich nehme jetzt einfach mal die dual berettas damit ich den penner da oben besser treffe ja genau in die fresse rein was was war denn das jetzt eben wir hatten dann molly noch gehabt ach da oben was zum ja es stirbt doch ja jetzt musste ich mich heilen ja das kann ich hier bespringen fuck leute ja wenn du meinst dann sterbe ich halt scheiße leute ich meine ja er ist definitiv ein kranker arsch was da aua na komm jetzt max das schaffen wir hm hm ja schon langsam wird es ärgerlich ganz ehrlich das nervt du musst doch einen kopfschuss sterben du idiot das gibt es doch gar nicht dass du das überlebst nein zum fick nochmal ja ich hole mir jetzt nochmal alle pain killer so aber mit der pistole schaffe ich mehr ja wohl und jetzt komm du elender mist du tätowierter ja komm schon ich hasse diese elendlangen katzis ja zuerst den schwarzen weil die schwarze schwarzen begleiteten weil der ist mir noch mehr dorn im auge als es lupino ist ganz ehrlich ja genau und jetzt stirbt doch endlich mal ja wohl jawoll what the fuck ich dachte schon der würde noch immer leben das die sind es das du das ist du du Ich habe eine Femme Fatale gelegt, eine Femme zu meinem Gesicht. Ich habe das Wort zurückgegeben. Lisa Puncinello. Lisa Puncinello ist die Frau der Don. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Ihre Aufmerksamkeit ist, evil twin. Du kannst du jemanden mit dieser Femme von dir. Lisa ist der damsel in Distress. Ich bin der Professionell. Ich würde dich wegwerfen, ohne die Augen zu bewegen. Ich bin sicher. Und du kannst mir meine Femme aussehen. Ich habe diese Femme. Jack kann dich nicht ausfragen. Nicht in der Lage er war. Wir sind nach dem selben Blatt. Angelo Quincinello ist derjenige, der dein Freund hat dich ausfragen. Du kennst das für ein Femme. Ich habe meine Femme. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur die Femme als sie kommen. Ich habe einen Kontrakten auf den Archfiend. Das ist meine. Ich liebe die Gute von dieser Femme. Warum nicht holen unsere Femme für diesen? Ich dachte, dass du nie fragst. Meine Femme begann zu spüren. Wie mag dein Whisky? Ich bin einfach. Wenn du nicht versuchst mir einen Mikki versuchst. Du bist ein wirklicher Angel, Max. Es war gut. Es war wie süß, als Honey zu spüren. Nicht persönlich. Ich kann nicht riskieren, wenn du zu spüren bist, wenn du zu spüren bist. Ich muss nicht zurück. Der Leib. Der Vergn. Die StimmeAND schlappte, die in der Wolk, alt und fuß. Der Schönern blöde Lachen war ein Riedel, mit leidem Schmutz. Und wo war das Baby schreit. Agnes! Nein, bitte! Agnes! Es ist wirklich random, wo wir hier gehen. Und warum geht Max überhaupt so langsam? Laufen wir hier im Kreis? Sieht zumindest so aus, ne? Die Mucke gefällt mir auch nicht, ganz ehrlich. Haben sie viel zu langsam gemacht. Okay, wir kommen... Wir kommen dem Kindergeschrei immer näher. Ist das seine Tochter? Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Außer ich laufe schon wieder im Kreis. Schon wieder ne Abbiegung. Aber es wird immer dunkler, kommt mir vor. Oh Mann, ich hasse es, wenn eine Frau weint. Ganz ehrlich. Ich hasse es, wenn eine Frau weint. Ja, wenn man sich die Mucke ein paar Sekunden reinzieht... Ich glaube, da wird man irgendein. Kann ich sagen, dass ich hier wirklich falsch laufe? Gut, dann laufe ich eben hier. Gut, ich glaube, dass ich hier im Kreis laufe. Boah, ich kann mich überhaupt nicht mehr an dieser Stelle erinnern. Ja gut, das ist bei mir jetzt über elf Jahre her, dass ich das gespielt habe. Achso, ich kann springen auch, okay. Ja, das war jetzt nur ein Test. Okay, jetzt kommt das Kindergeschrei wieder näher. Ist das gut oder schlecht? Ich nehme mal an, dass es gut ist. Obwohl ich Kindergeschrei auch hasse und weine zumindest. Kinder schreien halt ab und zu, das ist Tatsache. in meiner Arbeit. Nichts. Äh. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen, oder was? Was? Max! Nein! Bitte, Max! Warum? Ich wollte dich nicht! Ich wollte dich nicht! Ich wollte dich nicht! Nee, ich glaube nicht! Ich bin die ganze Strecke wieder zurückgerannt! Komm schon! Max! Hä? Hier ist die ganze Strecke... Sind wir wirklich im Kreis gelaufen? Ja, egal, Leute! Bevor ich hier nochmal die Strecke laufe, würde ich sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu Max Payne. Bis dahin, macht's gut! Bis dahin!